So, Halli Hallöchen, Handsome, Peter und der Rest hier und willkommen zurück zu The Trouble in Terrorist Town, ein Spiel, das viel besser ist als Among Us, weil da können sich die Innocents wenigstens wehren, außer sie spielen mit Finn, dann sind sie quasi jetzt schon gefickt und mit neuem Overlay. Das ist Lukas, Hugo, guck mal her, guck mal, es ist ja jetzt bald Weihnachten und ich hab hier einen Schuh und auch an Weihnachten kommt der Nikolaus quasi vorbei, da muss ich den Schuh rausstellen, guck mal, vielleicht kommt der Weihnachtsbaum und bringt uns Geschenke. Ach guck mal, ich hab, ich hab zwei Füße, also hab ich auch zwei Schuhe, haha, Stonks, hallo, das ist jetzt Qualifikation, da kommt ne Explosiven, oh nein, oh, ihr seid behindert, okay, und draußen gestoschen, ha, Felix, oh nein, das war ein tolles Geschenk, dankeschön, ey, ich wollte ne Tradeswaffe dahinwerfen, dann kam auf jeden Fall, ich musste schießen, musstest du nicht, ich hätt die nur identifiziert. Felix, nice shot, let's try. Wer war denn gerade der Anti-Mate von Felix? Äh, was? Okay, was? Radio, ein bisschen lauter. Welche Anti-Mate sind Felix? War das für Yannick? Felix hat mich einfach abgesto- also in die Luft gejagt. Weil du mit nem Explosiv fast in ne Menschenmenge reinrennst, ist ein Irrer. So, tipp, sorry. Ja, guck mal, sieh mal wieder das für die Anti-Mate. Ey, aber ich hätt's auch gemacht. So, jetzt ist er... Äh, tatsächlich ist jetzt Finn viel gefährlicher, weil er ist Detective. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Peter, du chillst es hier kurz. Peter, du chillst es hier kurz. Ja, mach halt. Fass. Warte, das ist die One-Shot-Waffe. Das ist nicht die... Ach, das ist die Golden Gun, okay. Schieß jemand ab. Warte, ich schreie. Was? Irgendjemand? Was? Das Fass? Schieß irgendjemand ab. Warte, ich will das Fass kurz aus... Au. Weg schießen. Okay, einfach, pass auf. Kein Schaden, wir kommen, sei froh. Pass auf. Wer ist das, Hugo? Ja, das ist Hugo. Hugo, ich bin ein Sofa. Das war Hugo. Äh, warum ist... Was ist Hugo? Ja. Man darf die Golden Gun nur einmal. Nur einmal benutzen. Ach so, auch. Weil mit zwei Schüssen ist die zu gefährlich und ehrlich gesagt ist mein Leben halt auch wichtig. Wer hat eigentlich Lukas angeschossen, Jungs? Ich bin falsch an. Wieso? Ja, genau. Sag, wen hast du umgebracht, hä? Ne, Lukas ist einfach zu... Nein, nein, Lukas ist einfach zu dumm zum Schweben. Ganz eilig. Warte. Ja, Janik, Janik, probier nochmal. Janik, probier nochmal. Du kannst da hoch. Was? Du kannst da hoch. Häng den jetzt ans Sprungbrett. Okay. Warum kann ich den nicht packen? Guck, sag ich doch. Hey, willst du mich töten? Ja, ich dachte, die Kanister explodieren. Es gibt halt die Meldung, oder? Das ist so riesig mit großen Flächen. Benutzen wir nen Tester oder nicht? Tester? Nee. Okay. Guck mal, da ist ein Wasserball. Leute, komm, lass mal Wasserball spielen. Wie kann ich denn hier festhängen mit rechts oder links? Klick. Wer will mein Gegner sein? Rechts oder links? Klick. Was für rechts? Ich will dein Gegner sein. Okay, dann stelle ich auf die andere Seite, Janik. Kann ich denn die Wache wechseln eigentlich? Hä? Geh auf die andere Seite. Du musst den Wasserball quasi hier auf meine Seite bringen. Das ist das Tor. Alter, der hängt da oben. Ben, guck mal da oben. So, dumm, Digga. Äh? Brauch auch Ammo. Ist ja... Digga, der ist schwer. Danke, Scheiß. Äh. Kann man auf den Ball schießen? Ja. Äh, da ist gerade jemand verreckt. Ein Baby. Ja, egal. Ich habe Baby gehört. James oder Ding? Janik ist es. Janik ist es. Hallo. Wie lange brauchst du denn zum Schreien? Ich dachte, ich hätte ihn hier rumbringen. Alter, das ist einfach so gut. Und warum ist Felix gemutet? Hör auf, Felix. Leute, ich habe ganz am Anfang gesagt, dass Janik Tee war. Du darfst tatsächlich dich gar nicht muten. Ich weiß, das sieht man ja, dass du gemutet bist. Ja, halt einfach sein Maul in den Tod. Oh, ja, okay. Ganz ehrlich, Alter. Ja, ich habe es halt... Ne, ich habe es gesehen, weil ich habe nach links geguckt. Ja, aber hä? Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass Janik... ... keine Waffe ist. Hä? Haben wir nicht gehört? Ich bin so aggressiv. Oh, man. Creeper. Aber das war doch nicht mein Real-Talk. Ja, egal. Ich wusste es einfach. Hallo. Hi. Hä? Ich sehe Schatten. Ich mache auch Finn weg. Hä, es ist ein Fernseher. Du machst Finn weg? Ja, das würde ich sogar bezahlen. Das ist doch ein Argument, würde ich schon sagen. Ja. Was ist das denn hier? Äh, irgendwie. Ich habe irgendjemand sterben gehört. Da ist gerade jemand gestorben, ja. Einfach drinnen bleiben. Finn. Okay, okay, wir schauen mal. Na, Lukas. Na? Ich habe wieder den Verdacht auf Finn. Warum ist hier der Dinger umgeschmissen? Das war die normale Dinger, ich bin los. Und warum schießt du grundlos um dich? Ich schieße das Fenster, weil ich ja durch kann. Ja, du bist aber dann in eine andere Richtung gelaufen, ne? Moin, servus Moin. Was? Äh, was? Ja, also die Golden Dinger hat bewiesen, ich war kein Traitor. Lickt ihr hier noch irgendwo? Lickt ihr einen Defibrillator? Die Golden Dinger? Wer war das? Die Golden Dinger liegt da jetzt in der Lige. Wir dürfen ihn nutzen. Wir dürfen ihn nutzen. Wir dürfen ihn benutzen. Wir dürfen ihn benutzen. Wir dürfen nicht. Lukas hat der noch. Gut, finish safe. Aber ja. Hat Lukas gerade eine Golden Degel geschafft? Oh mein Gott, ihr scheiß Typen. Fabio, das war's jetzt hier eine sehr, äh, nöt. Verdächtige. Fabio, sehr verdächtig. Sehr verdächtig. Ich habe wirklich, hallo Janikow, wiss nicht. Leute, Emergency Meeting, Emergency Meeting. Okay. Ja, Fynn ist der, Fynn, wir gehen jetzt. Hugo. Hinten. Ja, ich geh jetzt herein. Nein, warum gehen? Emergency Meeting. Zwei Leichen. Emergency Meeting. Fynn, dir ist bewusst, wenn du da reingehst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu schlussend ist. Red, keine Sauce. Red, keine Sauce. Drei Leichen. Drei Leichen. Emergency Meeting. Emergency Meeting. Ich bin nicht mehr. Das ist ja für Boom, Buddy. Drei Leichen. Ah. Ah. Warum warst du da stolz? Warum warst du da stolz? Peter. Der ist im Raum da drin. Ja, Emergency Meeting, diese drei Leichen. Fynn drauf. Ja, wieso ist das so? Ah, nee, das ist Fabio. Peter, Peter ist es. Es ist halt safe, Peter, weil findest du safe, Peter. Red, Red, keine Sauce. Peter, komm. Ergibt dich einfach. Du wirst, die drei Leichen. Haus ist umstellt. Oh, fuck. Ich hab mich auch weg, ich müsste. Oha. Ja, die UPS ist halt scheiße, ne? Fynn sagt, dass du noch lebst. Ich hab' ich kriege, ne? Hilfe! Janik, wie? Janik! Ich hab' schon wieder ganz am Anfang gesagt, dass Janik Traitor war. Janik, du bist so dumm, du hast den Boom, Buddy untersucht! Ach, scheiße! Was? Ich hab' das so toll, so eine Leiche, zwei Leichen, und weil Janik dann den scheiß... Der macht mich leise. Ich, 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 keine Ahnung, mach mich, mach mich leise. Scheiße, Fabio, ich hatte so angestellt, der bist du nicht vielfältig, sag dir... Uff, das war ja so belastend. Voll ne Waffe. Ich dachte so, dass Fabio ein Traitor ist, Digga. Wollte ich ein Traitor sein. Achso, weil ich ihn angeschossen hab. Ja, weil das war dumm, das war lustig. Ich wollte eigentlich nur die Fässer zerstören. So, ah, Finn, du bist also meine Premium-Nutte, die ich als Detektiv bestellt hab. Ja, dann tanz mal, tanz mal für mich. Ja, tanz. Ah, geil, pass auf, Finn, ich steh' auf Fesselspielchen. Hoch. Okay, fessel mich. Warte, ich konnte ein Sample machen. Gut, warte, hier. Ah, ähm. Jetzt tanz für mich. War das eine Traitor-Waffe? Ja. Tanz für mich, Finn, tanz für mich. Ich hab' die Traitor-Irons vergessen, was die machen und was das ist. Fabio's Traitor. Nein, das hab ich damit nicht gemeint. Ich hab damit gemeint, dass ich keine Ahnung hab, was es gibt. Natürlich, natürlich. Ah, komm, du bist, du bist, du bist so eine tolle Nutte. Hier. Der kommt ganz ehrlich, der tötet mich halt. Hier. Nimm Nutte. Hier, nimm doch die. Ich kann, du bist irgendwie kraft, Digga. Ah, ja, ich steh' halt immer noch auf Fesselspielchen. Hinter dir! Nutte! Erschieß ihn! Ähm. Stopp. Hugo? Hugo? Okay, ich hab' keinen Pokémon. Oh, zwei sind tot. Ja, okay, Hugo ist safe. Ich hab' keinen Pokémon. Hugo ist Traitor? Nein, Hugo ist safe. Hugo ist Traitor? Hugo ist safe! Hugo ist in Fabio. Es sind Fabio und Yannick. Ganz, ganz doof. Hugo, nein, nicht tanzen. Wir müssen jetzt böse Leute töten. Ja, Yannick, lass das Haus infiltrieren. Das ist 2 gegen 2. Ja, das ist echt so. Aha, sie haben sich offenbart. Ja, ist halt leider so. Ich brauch' noch eine andere Waffe, ganz ehrlich. Ich hab' die Radar, die sind unten irgendwo. Hier nicht. Es hat ein Kino. Wie geil. Also, es ist nur noch einer. Und ich hab's Gefühl, es ist Yannick. Also, es ist nur noch keiner. Hier, warte, 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 warte. Peter, warte, warte. Das hat das Drecksradar gesagt, Digga. Das hat gesagt, ihr seid einfach unten im Keller irgendwo. Peter, da hast du kein D-Fiel. Hä? Weil ich hab' die Handschellen gekauft. Ich muss sagen, als Detektiv hier so ein Premium-Noten-Club zu haben, geil. Oh, Peter, irgendwie liegt das an dir, dass du manchmal einfach übersteuerst. Yeah, true. Und ich hört ihr einfach nicht, wenn ich spiele was, dass jemand ist. Lügt auch nicht an TeamSpeak, ne? Lügt auch absolut nicht an TeamSpeak. Also, ich würd' sagen, ich hab' den Später. Äh, bitte tun sie mir nicht weh. Was ist das für'n Ton? Ich hör' irgend so'n reden Ton. Ähm, mir gefällt dein Ton nicht. Schieß mal bitte damit, Peter. Warum soll ich damit, Peter aufschießen? Ich hab' keine Waffe, ich hab' keine Waffe, wir sind beide da drin, Fabio, ich vertraue dir. Was ist hier passiert? Hugo, warum lebst du noch? Warum soll ich noch leben? Hä? Was ist denn passiert, hä? Ich tue jetzt einfach jeden, den ich seh' ne? Wie lächerlich, Digga. Wie lächerlich es überlebt, Digga. Was, Felix? Weil, das ist, der Gold und Digga find' ich irgendwie scheiße. Ja, ja. Wir sind eh schon relativ wenig Leute, so. Nein, Dary Scott von Shotgun noch nicht. I don't know. Scheiße war's. Nein, Digga, nein, Lukas, ich find' sicherlich, dass du die zwei Shotguntschüsse auf die Estancia überlebst. Äh, dieses... Das find' ich lächerlich. Hey, nein, Lukas. Und zwar dieses... Ah, es ist fast abgeschlossen. Ja, doch, es funktioniert. Ah, ich kann's spielen. Okay, ja, ne, bei meinem perfektes Timing, dass ich grad zurückgekommen bin. Richtig. Oh, es gibt Scheißhäuser. Alter, was ist das für ne Premium Villa? Kann ja nicht sein, Digga. Das ist ja viel zu strong. Wer? Was? Was denn? Map. Die Map? Beißhäuser. Das machen wir Platz jetzt. Felix! Junge, ich bin... Felix, wir stehen. Felix, du müssen sie einfach. Ich bin hier stehen. Oh, no! Ähm. Okay. Ähm. Ähm. Also, Janik und Fabio. Sind wir noch zu dritt? Ähm, wir sind... Nein, Felix ist missing. Hä? Felix ist der Traitor. 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 Ich bin Indu, ich bin hier. Felix ist tot. Felix ist tot. Konfirm. Nein? Hä? Hä, wir sind noch zu viert. Peter, du lebst noch. Ja, ja, wir sind noch zu viert. Wo ist Janik? Wo ist Janik? Wir haben drei Traitor noch. Äh, ein Traitor. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ein Traitor und drei Innocence. Ja. Jetzt wieder Random Kid, ich schwöre. Aber wenn, wenn Fabio sagt, äh, da war jemand missing, den er nicht gesehen hat. Nein, 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 den ich nicht gesehen habe, das weiß ich nicht mehr, was das ist. Ich glaube, das war, das war eigentlich wie Finn, aber der war dann direkt neben mir. Ich weiß nicht. Soll ich davon halten? Ach nein. Ah, Janik hat mir, Janik hat mir bedeutende Hinweise gegeben. Der hängt einfach Griffithy auf, wo draufsteht, ich bin Traitor. Guck, guck, guck. Au, 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 au. Au, 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 au. Brandgranate. Au. Ey, ihr tut mir einfach im Herzen weh. Mit allem. Ich hoffe, ich nehme zu werfen, Digga. Ah, die hat mich half-life gemacht. Ah, mein Knie. Ey, du bist auf IP, da ist es. Bist du behindert? Du hast mich auf 23 HP runtergeschossen. Du hast einen fucking... Graffiti aufgehangen, wo es steht, ich bin Traitor. Hä? Fabio, ich bin's aber nicht. Aber, ja, wenn er mit denen in einem Raum war, dann ist es halt schon eher, dass es safe ist, weil, ich mein, Traitor oder seinen Kollegen sprechen. Nein. Nein. Es ist safe, safe Finn, der sich dahinten steht. Ja, ich bin auch nicht. Der ist so wo hin. 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 Peter, komm. Peter, du weißt doch wie ständig gerne mein Trick ist, oder? Ja, das stimmt. Aber guck mal hier, das sind, das sind krasse Beweise. Guckt euch die Scheiße an. Wo ist der Typ jetzt? Komm, wir bringen einfach gerne gucken, ja. Ganz ehrlich. Guck mal hier, schwarzes, schwarzes Mädchen. Das ist... Pass auf, ich hab was besseres. Das war ich ja nicht. Ja, okay Finn. Ja, Fabio. Fabio. Da muss es ja Peter gewesen sein. Hä? Finn? Du bist das? Fabio, ich weiß, dass du es bist. Finn? Warum? ID-Ferse Tracer. Warum machst du sowas? ID-Ferse. Wo bist du, du Wichse? Ich hab Hilfe so'n Scheiß. Gott sei Dank hat mir meine Mama Häppchen gemacht. Wenn ich Häppchen sage, dann meine ich auch Häppchen. Mein Herr, schwitzt. Ich hab kein Geld mehr für'n Radar. Und noch hab ich schon. Nein! Nein! Hör auf! Frank mich wahrscheinlich wieder. Finn. Finn! Fick mich. Du hast ihn nicht einmal getan. Doch, er hat mich geschafft. Ich hab zwei Schüsse abgegeben. Nee! Raus den! Raus den! Raus den! Ja, der ist ja automatisch bald nachgedroint. Ich weiß es nicht. Hey, Hero Brian ist Jan, oder? Nein. Hey, Hero Brian ist Jan, das darf ich dir. Warum soll ich mich raus machen? Ich kann meinen TTC immer noch nicht starten, mein Carysom. Hero Brian ist Jan? Bei mir stand aber grad dran, dass du gestartet hast. Der nennt doch einen Chef Ruffel, du Hurensohn. Hero Brian ist nicht Jan! Ich hab ihm schon geschrieben. Das ist Hero Brian, hallo. Der geht nicht rein. Das war einer aus meiner Friendlist, der ist mir einfach so nachgedroint, glaub ich. Ja? Sag mir ehrlich, ob du Traitor bist. Das ist ja schon los. Ich glaub, Lukas ist es. Er hat grad eigentlich einen Hedder drücken wollen. Lukas ist es. Lukas ist es. Lukas ist es. Lukas ist es nicht, Bruder. Ja. Ich kann mich eh ließen. Herr Lukas darf ich dir bitte einen Hedder mit der Diegel drücken. Fabio? Nein. hallo geschossen ich hab nichts gemacht ich hab einfach auf mich geschossen mit seiner scheißwaffe ich hab Lukas nicht mal angeschossen da ist doch Blut, warum sollte sonst Blut am Türraum sein? der ist legit tot der ist legit tot der ist gar nicht so zu filmen der war der einzige der wusste dass er tot ist wieso lach ich denn jetzt? du hast die ganze Zeit gelacht bist du lachs? ich lachs schon ich bin mir ganz ehrlich du meinst er ließ mich ganz ehrlich komm her das gefällt schon hey wie kommt man da hoch? ganz kurz können wir nach der runde nach der runde würde ich ganz gerne wissen ob Lukas random gekillt hat was? finde ich will nach der runde einfach wissen ob du Lukas gekillt hast aber ich kann es mir schon ziemlich gut vorstellen nein TIE ist einfach drauf wir sind überall Leichen oh hey warum wait die Granate hat einen gekillt ich kann es nicht glauben nee kann es sein Digga dass die Granate einen gekillt oh du war ich du oder wer war denn alter Lugo hat mich umgebracht ich hätte einfach riechen müssen dass du bist ja ich hab Lugo hast du mich umgebracht ich hab ich hab ich hab das Ding ist der Felix angeschossen hat ich hab nicht gelacht hast du geschossen in die Tür zu mir nein ich hab gar nicht geschossen du hast auf ihn geschossen danke Felix für den insta kill am anfang ich war noch in der konsole weil ich eventuell den hero grind hätte kicken müssen du im Drecksack ne ich hab ihm geschrieben der ist nicht getont ja ja das habe ich dann auch gesehen als ich tot war und viel mehr Zeit hatte und dann verbrennt der Felix ich wusste ja nicht dass du im Traitor shop sein könntest oder so ja ich als blauer Detektiv-Fuzzi genau oh geil ich hab auf dem Explosiv fast geschossen ich hab 13 AP könnt ihr mir einfach hinrichten dann erspare ich mir das leid ja klar komm äh äh bin ich achso oh scheiß sorry ich hab einfach instant ich hab instant geschossen Leute er hat einfach komplett er gebe mich äh Fabio war scheiße Fabio war wertlos haben wir eine Granate oder so komm Fabio wir gehen Auto fahren ja er war eh nur ja er war eh nur ja er war eh nur äh Guido war ein bisschen weiter weil bei mir war irgendwie irgendwo eine Granate ich hasse mein Leben ich dachte schon ich hab Fallfall passiert ja bin ich mir sicher ich weiß nicht hab ich mir da wer schießt Finn ja aber bei diesem Saal fast nicht so sicher äh legt euch jetzt da gegenseitig um oder im Beet oder was los bei uns ich weiß nicht genau was die da machen hey Felix klaut Fabios Leiche hä ja Guido ich komm mal runter zu dir das ist also ich weiß nicht am Eingang das macht immer so einen unfreundlichen Eindruck ja ja lass mal warte ja ähm guck oh hä was Achtung okay am Eingang alles klar äh guck mal ich weiß nicht nein warte warte guck mal hier wenn wir wenn wir äh 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 stell mal den Hocker auf bitte stell mal den Hocker auf okay warte 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 wieso sind hier warte Janik es ist ne AK47 nein das ist ne AK47 nein das ist ne AK47 ne das ist ne AK47 das ist ne AK47 Janik es sind hier warte es sind hier warte Hugo ist tot ey Hoppe schieß mich an und Felix ist ne AK47 nur so heißt ach ihr seid beide noch am Leben ne dann tschüss ey du weißt hab ich kein aim ey Macarena wer hat mich gesniped wer hat mich gesniped in der Arbe hat Felix gerade gesagt es war keine Arbe es war eine ganz normale Rife ne ne ich hab Hoppe gesagt aber wer hat kein Schuss ich war einfach weg äh Hugo das war meine Black grenade by the way dann die ich weiß nicht mehr scheiß einmal drauf ich dachte schon ich wurde ich dachte schon ich wurde umgebracht durch den äh ob es äh Frenchelbeam oder so aber dass er irgendwie gewagt ist von der Textur oder so Digga ich hab jetzt so nen Headshot gedrückt und Hugo war einfach verwirrt Hä ach scheiße man glaub ich nicht erlebt ja ich war auch verwirrt aber ich hab keine Ahnung Hugo hat's überlegt ich war einfach tot hab ich den jetzt getötet wie hab ich den getötet Hallo einfach tot einfach den tot getötet Digga Hallo Yannick einfach getötet bist du tot Hallo Na Schönen guten Tag Hi Hoppe gesetzt Hi Lukas okay sorry sorry ja weg für meine Waffe bitte äh ich klau dir jetzt den Tisch du wechselst deine Waffe du wechselst deine Waffe ich werfe schulhaft dich ich werfe schulhaft dich ich werfe schulhaft dich oh du wirfst deine shotgun weg okay nein ich du wechselst deine Waffe was genau die äh Hugo ist durch eine Banane gestorben hä was Hugo ist durch eine Banane gestorben ja ne du gehst deine Waffe ich glaub da war da war noch jemand glaub ich wo bist du okay sorry sorry oh ich bin ein Bodyguard äh irgendjemand ist gerade gestorben irgendjemand ist gerade gestorben wer ist da grad 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 gestorben James Fabio Felix es ist safe Hugo wo ist Hugo Hugo ist angeblich gestorben oder nicht ja ja Hugo ist gestorben ja er war zuletzt in einem Raum pass auf hier also nicht draußen hä wo wohin hier im Raum ja in dem genau genau sag ich ja dass er da war warte was war Todesursache äh ja Hugo ich war ja nicht hefnot safe oder was kann nicht hin äh Banane Banane nein er ist durch eine Banane geschoben ich hab's gesehen AHHHHH 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 Geist von Hugo Digga Jannik bitte Detektor vertrauen sie mir bitte ich vertraue hier erstmal nur Felix Finn wo warst du das ist richtig beschissen Digga ich stehe genau vor dir bist du bekannt wo bist du jetzt gerade ich stehe genau vor Jannik was machst du wenn Felix Traitor ist hä du bist Crude warum heißt was ist Crude ähm dass er wenig Karma hat dass er einfach scheiße ist weil er Asylieren und schießt ich bin Crude Crude heißt eigentlich auch dass er Traitor ist AHHHHH da bringe ich nicht gleich selbiger ok sorry sorry Finn werf deine Waffe weg werf deine Waffe weg werf deine Waffe weg werf die Waffe weg such euch äh ich bin hier SNARK ah scheiß kidding ach ja hi Fabi äh ich hab Angst und Fabi auf dem Dach steht letztes mal hatte eine Traitor waffe gezückt ich hab's gesehen und dann wurde ich umgebracht ja du hast du nichts gesagt Digga weil du im Zimp bist danke dir ich hab genau in dem Moment gesagt er gesehen wo ich gestorben bin ich hab's hinterfragt aber wenn du die Waffe dann bin ich verreckt ok du willst uns davon du willst uns davon du willst uns davon du willst uns davon wo seid ihr ah da ich sag doch ich bin hier Finn Finn du musst jetzt vorlaufen du laufst her ah ich hilfe ich lauf dich jetzt mit dem Stuhl ab nein kein Stuhl oh nein ah nee ich muss in mein Eis rauch ich komm nicht durch Janik hast du mich grad gefesselt hast du mich grad gefesselt hast du mich grad wirklich gefesselt äh 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 Janik ist Finn jetzt bogefrei Detektiv äh Finn oh ja das ist eine gute Frage warum steht der jetzt eigentlich hier hinten drin ist Finn jetzt bogefrei ich hab Angst vor der Welt hier geh weg ich würde ihm nicht trauen safe ist felix ja ich würde felix nicht trauen vertrau dir ich weiß nicht mal weg gehen ich kann auch ein neues item das heißt magneto ja ich würde auch behaupten dass es felix aber wir haben keine beweise okay wir ja da am ende dieses friendship ich habe dich extra umgebracht ich wollte ich als letztes umbringen ich finde es schön dass farbio instant grassfield umgebracht hat